Hallo, mein Name ist Chris und ich bin der Nightmare Hunter. Heute mit einem kurzen, knackigen Anliegen, was mir so ein bisschen auf der Seele brennt. Und zwar habe ich letztens mitverfolgt, wie der FedEx rübergehuscht ist zu Hunt on Demand oder beziehungsweise zweigleisig jetzt fährt. Und habe mich auch mal gefragt, wieso, weshalb, warum. Kommentare von euch dazu gelesen zu diesem Thema auf seinem Kanal Jagdmomente. Und bin mal kurz in mich gegangen und habe mich gefragt, wie das Leben so auf YouTube aussieht oder wenn man es nutzt als Consumer, so wie ihr es macht. Ihr kriegt es umsonst, ihr bekommt die Filme umsonst. Wir, die YouTuber, geben uns Mühe, werden belohnt durch Abos. Aber machen wir uns nichts vor, das sehe ich an meinem Kanal und genau das möchte ich als Beispiel auch nehmen. Aktuell bin ich auf 7000 Abonnenten circa. Aber im Schnitt schauen mich pro Video circa 20.000 an. Bedeutet, zwei Drittel der ganzen Leute, die meine Videos sehen, abonnieren nicht. Und das ist natürlich die Krux. Oder besser gesagt, da kommt natürlich dann irgendwann Zweifel und Überlegung, gehe ich doch vielleicht zu einem Kanal, wo ich regelmäßig Einnahmen generieren kann, wo die Leute eben bezahlen, um Jagdvideos zu schauen. Oder bleibe ich hier auf YouTube und sehe zu, wie ich mich halt mit so ein paar Abonnenten und ein paar Produktplatzierungen über Wasser halten kann. Ärgert mich ein bisschen, weil wirklich du und du mich abonniert habt. Aber du da hinten, du und du, ihr halt noch nicht. Und machen wir uns nichts vor, es kostet euch ja null, zero, gar nichts. Aber mich unterstützt ihr halt damit. Ich will auch gar nicht weiter rumheulen, sondern euch einen kleinen Anreiz schaffen, dass ihr mich vielleicht dennoch abonniert. Bedeutet, wir starten ungefähr bei 7000 und ich möchte, dass wir zusammen bis 31.12. diesen Jahres 10.000 Abonnenten schaffen. Sprich, auf meiner Seite 10.000 Abonnenten und ihr fleißig gedrückt habt. Wenn das der Fall ist, wir werden dann Silvester nachschauen. Sprich, ich werde irgendwann auf dem Nachmittag ein kleines Video dazu machen. Wenn es wirklich 10.000 Abonnenten sind, hat einer von euch ein Jagdwochenende mit mir gewonnen. Wie wir dann hinterher die Sachen auslosen, sage ich euch dann, wenn es soweit ist. Aber ich haue in den Topf ein Jagdwochenende mit mir in meinem Revier. Eine Person? Zwei Personen. Zwei Personen von euch werden mit mir sozusagen ein Wochenende hier in meinem Revier verbringen und wir eine geile Zeit haben, wenn bis zum 31.12. 10.000 Abonnenten am Start sind. Also lasst es uns angehen. In Kürze, also sprich in zwei, drei Wochen, startet auch meine Germany Spore Hunter Tour. Geil geworden. Guckt es euch an und vielleicht fällt es euch dann auch ein Stück weit leichter, diesen ver***ten Abo-Knopf zu drücken, der euch wirklich null, zero, nichts, nothing für umme kostet. In dem Sinne, viel bleibt mein Teil und weiterhin viel Spaß beim Anschauen. Chris, euer Naik Baronta.